Sie hören Diese Tage im Dezember von Kirsten Greco, gelesen von Denise Monteiro, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. 1. Diese verdammten Tage im Dezember, fluche ich leise und stieß mich mit beiden Füßen vom Boden ab, sodass der Schaukelstuhl auf der Veranda heftig schwankte. Ich blinzelte in die Nachmittagssonne und hasste mich dafür, dass ich überhaupt an ihn dachte. Nicht zum ersten Mal durchfuhr mich zunächst Scham, dann Mutlosigkeit und schließlich unendliche Wut. Heute, vor vier Jahren. Der zweitschlimmste Tag meines Lebens. Der schlimmste würde übermorgen seinen Lauf nehmen. Übermorgen vor vier Jahren. In 48 Stunden würde ich mir den Hass zurückwünschen, den ich gerade empfand. Denn dann war nur noch Platz für Trauer und Verzweiflung. Wenn es doch schon Januar wäre, fügte ich laut genug hinzu, dass John unser Postbote aufsah und mich angrinste, als er eine Handvoll Briefe in meine Mailbox schob. Wem sagst du das, Lynn? Er sprang aus dem Postauto, zwei Kartons vor sich her balancierend. Nicht nur die ganze Weihnachtspost seit Wochen, nein, nun auch das noch. Er hiefte die Pakete auf die Veranda nebenan und drückte auf den Klingelknopf. Doch das übliche Ding-Dong blieb heute aus. Die Klingel ist kaputt, beeilte ich mich zu sagen, bevor John Fragen stellen konnte. Tatsache war, dass ich sie abgestellt hatte, damit meine Nachbarin ungestört schlafen konnte. Pat ist... Ich hielt inne. Nein, unser Briefträger musste nicht wissen, dass meine 89-jährige Freundin mit Husten und Fieber im Bett lag. Pat ist nicht da. Ich nehme so lange ihre Post entgegen. Mit einem leisen Seufzer quälte ich mich aus dem Schaukelstuhl, griff in die Jeans-Hosentasche und zog demonstrativ einen silbernen Schlüssel hervor. Dass ich Pats Hausschlüssel ohnehin jederzeit bei mir trug, musste er gar nicht wissen. Mit dem Handrücken wischte ich mir den Schweiß von der Stirn. Puh, ist das warm. Und das fünf Tage vor Weihnachten. Brooklyn, du wohnst in Pine Mountain, 70 Meilen südlich von Atlanta, in Georgia. Schon vergessen? John lachte und lief zu seinem Postauto zurück. Jedes Jahr dasselbe. Irgendwann im Dezember kommt garantiert für kurze Zeit der Sommer zurück. So wie heute. Er postete sich demonstrativ eine graue Strähne aus der Stirn. John war eine der vielen guten Seelen Pine Mountains. Drahtig, athletisch, braungebrannt. Und knapp 70. Er hatte das Pensionsalter längst überschritten und doch war er noch lange nicht bereit, seinen heißgeliebten Job an den Nagel zu hängen. Ich war sicher, John kannte jeden Menschen meines Heimatörtchens persönlich. Der tägliche Plausch mit seinen Kunden, wie er uns nannte, gehörte genauso zu seinem Tagesablauf wie die zuverlässige Postverteilung. Und genau deshalb behielt ich die dumme Erkältung meiner Nachbarin auch für mich. Denn wusste John erst mal Bescheid, würde binnen kürzester Zeit halb Pine Mountain hier vor der Tür stehen. Und Doc Johnson hatte heute Morgen nach seinem Hausbesuch zunächst ihr und dann mir eingeschärft, dass sie viel Ruhe brauchte, um sich schnell zu erholen. Zwar war der Grippetest negativ ausgefallen, aber man wisse nie, hatte er hinzugefügt. Ich sprang die Verandatreppe hinunter, überquerte die Wiese zwischen Pads und meinem Häuschen und lief auf der anderen Seite die Stufen wieder hoch. Beide Häuser hatten zwei Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, Bad. Meins war Sandfarben, Patricias taubenblau. Ich hatte gerade den Schlüssel ins Schloss geschoben, als John neben mir stand. Zwei weitere Pakete in den Händen. Da meint es aber jemand gut mit Pat. Ich sah erstaunt auf, geradewegs in Johns blassblaue Augen, die zwischen unzähligen Fältchen übermütig funkelten. Von wegen, return to sender. Er deutete auf die neongelben Aufkleber. Unsere rüstige Patricia hat sich wohl mit der Anschrift vertan. Es gibt keine Sadder Creek Road in Pine Mountain und die Postleitzahl fehlt auch. Warte, Lynn, ich hab noch sechs Pakete in meinem Wagen. Ach du meine Güte. Ich schielte auf die Adresse. Mary Brown, Sadder Creek Road 19, Pine Mountain, Georgia. Wo war Patricia Farmer nur mit ihren Gedanken gewesen? Auch wenn sie nicht mehr ganz so rüstig war, wie John gerade behauptet hatte, so funktionierte das Denken doch noch einwandfrei. Wenn das bis Weihnachten bei Mary Brown ankommen soll, muss sich Pat beeilen. John warf einen letzten Blick auf die Pakete. Heute ist der 20. Dezember und Weihnachten fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Er legte eine bedeutungsschwere Pause ein. Nun sag schon, allerliebste Brooklyn, wo ist sie denn? John, du kannst es zehnmal mit der allerliebsten Brooklyn versuchen. Aber so heißt du doch und meistens hilft das. Unterbrach er mich und grinste schief. Und wenn ich dir die Pakete ins Haus trage? Du kannst mich noch so charmant anlächeln, mein allerliebster Postbote. Aber wo Pat ist, verrate ich dir trotzdem nicht, antwortete ich und schob ihn mit sanfter Gewalt zur Verandatreppe. Nun sieh zu, dass auch der Rest von Pine Mountain heute noch seine Post bekommt. Die Kartons schaffe ich auch ohne Hilfe. Nichts für ungut. Auf der untersten Stufe drehte er sich um. Irgendwie kriege ich das schon raus. Das bezweifelte ich keine Sekunde. Ich wartete, bis Johns Postauto langsam anfuhr und hob die oberste Box von dem Paketturm. Himmel, was war da bloß drin? Steiner? Was zum Teufel schickte Pat zu Mary in der Sedda Creek Road? Als ich die letzte Box leise neben Pads weißen Küchentisch gestellt hatte, stand mir der Schweiß auf der Stirn. Ich ließ mich auf einen der Küchenstühle fallen und warf einen Blick auf die runde Uhr über dem gewaltigen Ofen. Gleich vier Uhr. John war spät dran heute. Ob Pat schlief? Die Schlafzimmertür war geschlossen, ebenso wie die Wohnzimmertür. Keine Weihnachtsmusik schwebte wie sonst durchs Haus, wenn Pat es sich um diese Zeit irgendwo mit einem ihrer unzähligen Bücher bequem machte. Patricia Farmer war Eltern- und Großelternersatz in einem. Meine Mutter war bei meiner Geburt gestorben. Dafür hatte ich den weltbesten Dad. Gehabt. Bis auch er mich verlassen hatte. Übermorgen, vor vier Jahren, war es fast so warm wie heute gewesen. Dad liebte die Natur Georges im Winter und war morgens zu einer Wanderung in den naheliegenden State Park aufgebrochen. Während ich zu Hause Lebkuchenherzen backte, musste mein Vater unbedingt den Helden spielen. Zornig fegte ich die Tränen aus meinen Augenwinkeln. So war er schon immer gewesen. War jemand in Not, war er zur Stelle. Wie an diesem Tag, als ich ein siebenjähriger Junge das Ruderboot seines Vaters ausgeliehen hatte und mitten auf dem See im Park hinausfiel. Dad hatte nicht lange gezögert, war ins Wasser gestürmt, hatte den Knirps zurück ins Boot gesetzt und beim Zurückschwimmen einen Wadenkrampf bekommen. Ohne Pat hätte ich die Zeit direkt nach Dads Tod vermutlich nicht überlebt. Wir hatten uns schon immer gut verstanden. Schließlich waren wir Nachbarn, seit ich denken konnte. Aber seit diesem schlimmen Tag war sie meine beste Freundin. Selbst wenn sie über 60 Jahre älter war als ich. Ich lachte unter Tränen. Als ob Alter, wenn es um Freundschaft ging, eine Rolle spielte. Nein, ich konnte mir keine bessere Freundin als Patricia Farmer wünschen. Eine Freundin, die kurz vor Weihnachten mit einer fetten Erkältung im Bett lag. Nachdenklich stand ich auf, lief zum Bad, trat ans Waschbecken und kühlte mein Gesicht mit einer Handvoll Wasser. Pat musste nicht wissen, dass ich schon wieder geweint hatte. Ich warf einen raschen Blick in den Spiegel, fuhr mir mit der rechten Hand durch die schwarzen, kurzen Haare und zupfte zurecht, was noch zurecht zu zupfen war. Nach der Paketschleppaktion bei Dezember-Sommerwetter und der Sorge um Pat waren meine Wangen von einer kräftigen Röte überzogen. Vielleicht sollte ich doch erst duschen, bevor ich sie fragte, was es mit all den Kartons auf sich hatte. Oder das nur für mich, dass es mit einem Körner-Könner, der Sorge um die Körner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Könner-Kön